Indische Farbe dahin gefühlt. Sie können eine Auge verdanken, das haben. Jetzt, wir beginnen mit unserer kommandischen Adaptation von Broad Creek Tellers, Kleider machen Leute. Es gab einen armen Schneider. Er hat seinen Job verloren. Er ging nach Golda, um einen Job zu bekommen. Er hat kein Geld und hat nichts gegessen. Er geht zu Fuß und machte sich Gedanken an, wie er einen Job bekommen hat. Hallo, Mann, Dion. Sie sehen sehr müde aus. Wollen Sie sich in meinem Wagen aussuchen? Stimmt. Wollen Sie sich in der zweiten S functioning? Wollen Sie sich in meinem Wagen übertrugend ab? Wollen Sie sich in einem Masch�? Wollen Sie sich in einer Haustung? Wollen Sie sich in der zweiten Saison aus. Es geht, wenn sie sich in der zweiten Saison kommen. Ich habe mich schon in der zweiten Saison gewissen. Ich fahre mit meinem Wagen, ich fahre mit meinem Wagen. Während des Waren, gerichtet sich das Leben. Ich fahre mit meinem Wagen, ich fahre mit meinem Wagen. Schlechte Laune könnte ich nicht haben. Ich fahre mit meinem Wagen, ich fahre mit meinem Wagen. Aha, da gibt es ein sehr schönes Wirtraum. Er soll hier bleiben. Entschuldigen Sie. Wir sind ganz richtig angekommen. Das gibt es ein ansprechendes Wirtraum. Das passt Ihnen ganz toll. Sie sollen hier bleiben. Bitte steigen Sie auf. Nach der Fahre, der Schneider gesehen hatte, dachte er sich, dass der Schneider ein sehr guter Mensch war. Er bestimmt, dass er ein wichtiger Person war, weil er sehr gut gekleidet war. Deshalb hat er ihn vor dem größten Wirthausbordach gelassen. Der Schneider geht ohne der Fahrer zu bedanken. Der Fahrer fühlte sich nicht so wohl deswegen. Aber er sagte nichts und ging weg. Oh, wer ist das? Oh, er ist sehr gut gekleidet. Er ist bestimmt eine sehr wichtige Person. Kommen Sie. Kommen Sie. Setzen Sie sich hier. Setzen Sie sich hier. Und fühlen Sie sich zu Hause. Ich komme gleich. Hey, wach auf. Wach auf. Wir haben einen Gast. Was soll ich machen? Ich weiß, wie ich schlafe. Guck bitte etwas. Wach auf. Ich habe keine Lust dafür. Wach auf. Und guck bitte etwas. Wir haben nichts. Haben wir einen kleinen Fisch? Nein. Hähnchen? Nein. Dann was haben wir hier? Wir haben nur Samosas. Ah, Mann. Er ist kein Samosa. Er ist eine sehr wichtige Person. Wichtige Person? Ja. Ich wäre einfach fit so. Hähn? Essen Sie. Essen Sie. Nein, nein, nein. Sie müssen sich mit Zahlen. Ja. Essen Sie. Das gehört zu Ihnen. Siehst du, er weiß, wie man ein Pfeilfest essen soll. Er weiß alles. Aber er ist kein. Das weiß ich auch nicht. Aber ich habe eine Idee. Komm. Der Wind wollte über seinen neuen Gast wissen und ging zu der Fahrer, der ihn hier geführt hatte. Sie wollte seine Identität wissen. Aber der ungründliche Fahrer spielt hier einen Sprich. Er stellte den armen Schneider als einen reichen, vollmischenden Kraft vor. Ach, was ist denn hier? Ein Buch vielleicht? Naja, das ist ein Notisbuch. Vielleicht gehört er zu diesem schlechten Mann. Was für ein schlechter Mann ist er. Er konnte mich nicht schätzen. Er hat keine Ahnung, wie man sich benehmt. Oh Mann, hat er auch nicht bezahlt. Er hat mich total ignoriert. Was ist er geschrieben? Stra, Stra? Es? Ist das ein Name? Stra? 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 Ski? Ski? Stra? Stra? Ski? Was für ein komische Name ist es? Hallo? Hallo? Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Und Sie? Ja, wir geht es auch gut. Gange? Sie sind hier mit einem Mann. Entschuldigung. Mit einem Ehrenmann hier gekommen. Kennen Sie Sie diesen Ehrenmann? Ehren? Jaaa! Jaaa! Ja, ich kenne ihn. Ich bin sehr glücklich. Ich habe Glück gehabt, ihn im Faden zu haben. Ach so. Wer ist er denn? Er ist ein Graf. Ein polischer, wichtiger Graf. Oh. Ja. Hat er über dich nicht erzählt? Nein, noch nicht. Ach so. Er ist ein sehr schlichter Schüstermann. Deswegen vielleicht. Ja. Wie heißt er? Er heißt... Er heißt Stabinski. Stabinski? Ja. Er wird hier auch für ein paar Tage bleiben. Okay? Oh. Okay. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der Staatbewohner war sehr begeistert um diesen Geheimnisgruppen. Sie hatten ihren eigenen Vermutungen über seine Identität. Sie waren alle angelegt, ihn zu sehen und diskutieren mit den anderen über wer er sei. Er ist ein Schirm gekleidet. Er sieht wie ein König so aus. König? Aber es war kein König, ja. Ja. Vielleicht er ist der Graf, der bei dem Wirt wohnt. Ja. Kann sein. Er wird sehr klug, weil er ihn bei sich aufgenommen hat. Das heißt, er ist Dr. Graf. Wir werden ihn weiterhin Zigaretten anbieten, solange er seine Identität nicht preisen kann. Ja. Er ist ein Schmerz. Ja. Er ist ein Schmerz. Hallo. Hallo. Bitte kommen Sie mit uns. Wir haben Spaß hier. Wir tanzen, wir trinken. Bitte kommen Sie. Hallo. Bitte stellen Sie eine Zigarette auch hin. Oder dieser. Das ist aus Yaman. Nein, nein. Nein, nein. Nimm Mafia und Wirndi. Nein, nein ist Nirndras und Undwlovuis. Warum? Ich mache das? Nein, nein. 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 Das ist das, das ist das Spiel. Hier? Hier kann ich das Spiel oder das? Hier. Hier ist es ein bisschen mehr. Hier. Hier ist es eine Gründe. Hier ist es ein bisschen mehr. Aber ist es ein bisschen mehr. Nein, das ist ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen mehr. oh ja hm hm schade hm 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 Was ist das? Hallo? Ich bin ein Armstatt. Ich habe aber viel über sie gehört. Aber sie hat eine neue Grafik. Ich habe aber viel über sie gehört. Ich möchte sie in zum Abend wissen, ein Vater. Und er ist ja? Ja. Aber zuerst ich bin mit meiner Tochter. Ihre Tochter? Ja. Hallo? 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 Hey! Ich bin ein Anxion. Ja, ihr Vater ist sehr nett, Sumia. Zeke, ihr nehmt. Zeke, ihr nehmt. Zeke, ihr nehmt. Du kannst auch. Du sie sehr attraktiv aus. Du auch. Das ist auch ein Vorbereitet. Der Schneider hat in diesem Nacht genug Geld verliebt. Damit er ein neues Leben hat. Er hat gedacht, dass er diesen Staat verliebt. Aber er hat so kurz sich in Menschen sehen. Eintracht ist es Die Frau hat die ein Zeilen. einen Zeilen. Die sind ganz nett. Sie haben eine Leckdata. Sie haben eine Leckdata. Sie haben eine Leckdata. Sie haben eine Leckdata. Das ist wirklich sehr lecker. Ja, ich habe das. Sie haben gesagt. Sie haben eine Leckdata. Also, Leute, 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 ich möchte, dass Sie alle nach Polen kommen, okay? Alles wird gratis und von mir angeboten, okay? Also, bitte kommen Sie alle und Sie auch unbedingt. Bitte nehmen Sie einen Lied zu singen. Ja, ein Polisches Lied. Bitte singen Sie einen. Nein, nein. Bitte singen Sie einen. Mein Hals tut mir, nein. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ein Lied. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Bitte singen Sie einen. Also, es muss jetzt losgehen. Also, auf Wiedersehen. Tschüss. Kommen Sie mit mir. Der Weltfühl der Schneider zu das beste Raum des Hauses. Es war das größte Raum, das der Schneider in seinem Leben gesehen hatte. Es war sehr üblich, darin zu gehen. Aber das ist das beste Raum des Hauses. Es ist das beste Zimmer unseres Wildhauses. Sehen Sie sich hier. Ja. Wo ist das Gepäck? Wo ist das Gepäck? Oh, ich frage den Fahler. Bitte fragen Sie nicht, Martin. Mr. Ingold. Bitte. Okay. Okay. Auf Wiedersehen. Hey, Alter. Wir können Sie hier. Was? Er hat kein Gepäck. Ja. Richtig? Ja. Leute, komm, komm. Leute, komm, stell. Komm, komm. Was ist denn los? Er hat kein Gepäck. Was? Ja. Er hat eigentlich nichts. Nichts? Vielleicht. Er hat das verloren, oder? Ja, das kann sein. Haben Sie den Vater gefragt? Nein, nein. Er hat gesagt, sag bitte niemandem. Was? Das weiß ich auch nicht. Aber er ist ein Polen. Ein Polen? Ja. Es gibt eine politische Krise da. Genau. Vielleicht, er ist im Exil. Ja. Was könnte es sonst sein? Er ist so respektabel. Immer so gut gekleidet. Was sollen wir machen? Vielleicht können wir etwas schenken. Ja. Aber was? Ja. Ich bringe ihm einen Mantel. Ich bringe eine Jacke. Ich bringe ihm ein Toon. Ich bringe ihm ein T-Shirt. Ich bringe ihm Wein. Was bringe du denn? Vielleicht, ich gebe ihnen meiner und Oze. Nein. Meine und Oze. Ja. Das ist so. Geht ihr? Sarkar, 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 sarkar. Vielen Dank. Kommen Sie mit uns hier. Einen Mantel. Für Sie. Ne bitte die Yaka. Hier ist so kalt. Und also eine T-Shirt. For Manchester United. Aber was soll es so erst anziehen? So erst das wisstigste. Unterhosen bitte. Nein, das ist das wisstigste. Okay, Ramsun. Auf Wiedersehen. Er trug seinen Kleider und geht raus. Er machte sich Gedanken, um was er mit seinem Leben machen sollte. Er musste eine Lebensentscheidung treffen. Er stand an einer Kreuzung, aber veranderte seine Entscheidung. Hallo, Monsieur. Hallo, Monsieur. Es muss jetzt losgehen, oder? Der Schneider veranderte sich nach den Erwartungen von den Bürgern. Er steht unter Druck, aber macht nicht. Ich habe gehört, dass ein Graf ein sehr gelehrter Mann ist. Ich habe gehört, dass ein Graf immer einer Frau die Handküste. Ich bin total überzeugt. Sie sind wirklich ein Graf. Sie sind ein außergewöhnlicher Mensch. Und ich weiß, Sie lügen nicht. Was hat er gesagt? Nein. Es muss jetzt losgehen. Es muss auch die Stadtböller das Geld zurückgeben. Was ist passiert? Es ist festgehalten. Was ist passiert? Schaukeled. Jonas? Ja bitte. Kann ich mir ein Lotter bringen? Ja. Ich bin gleich zurück. Okay, danke. Matthias? Ja. Vielen Dank. Hier. Wir haben das gebracht. Vielen Dank. Es gibt feier in dem Abend. Ja. Wollen Sie mitkommen? Sie müssen uns kommen. Ja, Sie müssen kommen. Wir machen viel Spaß. Wir trinken, wir tanzen, wir singen. Die Menschen haben ihm viele teure Geschenke gegeben. Er fühlte sich bevorzugt. Er wollte in Goldark zu bleiben, aber er konnte hier nicht als ein Schneider leben. Und daher plannte er Goldark zu verlieben. Er geht in der Party mit dieser Nachricht mit allen anderen zu teilen. Untertitelung aufgrund der Es ist ein Widerkässe. Es ist ein Widerkässe. Es ist nicht so scary. Es ist so scary. Es ist so scary. Es ist so scary. Nettchen. Bis zum nächsten Mal. Nettchen. Musik Möchtest du mit mir tanzen? Wer ist der? Ich bin eine Volk. Wechseln! Willst du mit mir tanzen? Was ist denn los? Wohin gehst du? Graf gereist! Oh meine Güte! Wer hat mich mitzahlt? Warum? Wir gehen da mit der Chefs-Rise. Srapinski geht aus. Er hat seine Grunde in Goldarben zu bleiben verlobt. Netschen aber fort. Ich binarrere Glocken mitzahlt. Deutschland hat ihn zum Beispiel mitzahlt. Wohin geht's! Was ist das? Was ist das? Ja. Was ist das? Aber, warum? Ich habe einen Seventriser. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Okay. Wie du sagst. Dann wird es nicht gehen. Oh ja. Und? Und was? Und ich liebe dich. Auch. Ich liebe dich auch. Ich bin der Dien. Was passiert, Dien. Das war sehr begeistert. Das war der Dien. Sie ging zu ihren Vater und der Sie sich faszinieren. Das war die Dien. Das war der Dien. Das war der Dien. Was ist los, Doctor? Ist, Schaapam, mich, Kallit. Ist, Wais. Pranslum ist nicht. In Wehm, Amba ist Philipp. Das ist Stefanski. Die Kerstüder. Die Kerstörte Wises. Ich hau, ich nöster ein Peri-Raten. Yes! Raha nahi jata. Weislich! Weislich, ich bin kümmer, du wirst einen Polen, Französien oder die Möhnchen, wie sie eine Haar-Hara-Hara-Hara-Hara. Du kannst den Haar-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara. Du kannst dein Haar-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara-Hara. Du kannst dein Traum leben. Einer Groshe-S-Kleid und viele, viele, viele Vielen Dank! Ruhig, wererigen Doktor. Wir müssen das schnell machen. Macho, macho. Vielleicht, den hab ich von Switaden. Ja. Wegen der Geschäftsreise, der Ferraris Graf. Der Schneider war froh. Er gab ein paar lagen aus. Für die ist er der Hotsache. Läuter, 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 läuter. Was ist das? Es wird sehr glücklich heute. Ja. Ja. Er hat eine Art Nitschid. Also, ich möchte, dass Sie alle helfen können, ok? Also, können Sie für die Hochzeit einen Platz suchen? Ja, warum nicht? Ich würde gerne einen Weg, das sehr groß und sehr gut sehen. Hey, gut. Können Sie für den nächsten Zweifel hier? Ja, ja, ja. Ich werde vier bringen, nicht zwei. Ich werde auch einkaufen gehen. Okay, bitte, machen Sie einen Zelt aufbauen. Okay, vielen Dank. Können Sie ein gutes Essen kochen? Ja, ich kann Maggi, Panneermaggi, alles, alles. Gut, sehr gut, danke. Können Sie mir ein Mantel bringen? Bitte, keinen Mantel. Ich bringe Ihnen zwei Anzüge. Zwei Anzüge, wow. Vielen Dank. Und können Sie einen Zelt aufbauen? Einen Zelt? Für Sie, diese Wehre ist eine Schloss. Und können Sie Seltflaschen für mein Brinkl? Sie waren sehr kreativisch. Sie gingen einander zu heiraten. Der ganze Stadt war kreativisch. Es war wie ein Fest für sie. Sie gingen zu einem Platz, der inzwischen Zeltwüller und Golda klappt. Sie waren sehr begeistert. Aber es gab ein Problem. Sie waren sehr begeistert. �urigen Fung. Was hat mit〜? Sie müssen die Wehreise. Es ist das Eine Neufmutter. Sie müssen die Be från . Herz processor ist schalterно. Sie waren sehr begeistert. Lachen Sabine Töten. Herange ab ricleben alle die damit öником. bei 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 Und auch sehr glücklich und heute machen wir viel Spaß und essen wir was für Mäustein. Auch trinken. Ja, ja, viel trinken. Das ist ein schöner Platz für Silvela und dieser Platz ist nicht sehr weit von Silvela. Warum wir hier für nicht willkommen sind? Richtig, man muss ja tanzen, auch singen. Singen. Sie müssen hier heiraten. Oh nein. Oh, siehst du etwas. Es gibt eine Hochzeit hier. Warum gestern uns die Fragen auf ihr hier unsere Drama-Präsentieren können oder nicht? Ja. Hallo. Hallo. Wie geht es Ihnen hier anstatt? Gut. Und sehen Sie, dass unser wundersbares Team ist und wir haben gesehen, dass hier eine Hochzeit geht. Und wir müssen unsere Drama in dieser Hochzeit präsentieren. Ach so. Ich würde es gehen sehen. Du hast meine Erlaubnis. Vielen Dank. Vielen Dank. Er wusste nicht, dass dieses Drama mit seinem Leben verliehen würde. Er ist ein armer Mensch vielleicht. Sie sieht so smulsches aus. Armer Männchen. Ach. Er hat sehr schlecht gekleidet. Er ist ein Bettler vielleicht. Nimm das ein Cent. Er hat sehr schlecht gekleidet. Was passiert? Warum sehen Sie so traurig? Ich möchte nicht leben. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich machen? Aaaaah. Warten Sie. Hier. Sieht es an. Jetzt gehen Sie wieder. Ich muss da nicht gehen. Vertrauen Sie mir und gehen Sie wieder. Ich muss da nicht gehen, ich muss da nicht gehen. Hallo, Schneider Stevinsky. Schneider? Wie geht es Ihnen? Sie sehen sehr gut aus. Haben Sie in Golda eine neue Joy gefunden? Ich bin mir nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr. Ich wusste das. Er ist kein Graf. Aber niemand hat mir gehört. Er ist ein Luger. Er ist nicht mehr. Total Zeit verschwindung. Immer schlau und nun mag er uns zum Lahren. Der Schaub hat schon gewagt. Kleider mag in der Leuternest. Ein Mann, aber zwei gesichter. Er wollte was an Knap war er. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was ist denn wieder? Es hat uns schon alles als Glück. Aber niemand hat mir Angst, ich bin. Das ist gerade die Deren. Was ist passiert? Antio, Antio. Es ist lieber die Sauerwege. Metzen! Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Der Schneider fühlte sich zu kaputt. Er war beschädigt. Er fiel im Ohnmarkt für die Schneider. Der Schneider fühlte sich an die Schneider. Townsend . . . . . . . . . Sad ending, Bro. Menschen wollte mit ihm zu sprechen. Sie glaubte, dass er kein böse Mann war. Sie setzen sich mit in den Rasen und Wolken straffend. Sie fühlen sich aus, was ihr spürt. Sie fühlen sich. Sie fühlen sich nicht. Sie sollen etwas sagen. Es ist ein Müster. Ja, das ist eine Wehlin. Und da ist nicht so glücklich. will ich das mal? Oh, weh da nun es um schnell zu gehen. Ich muss mit ihm sprechen, aber er hat nur gelogen und gelogen, warum hat er gelogen, was ist der Grund darauf, ich muss das rausgeben, und ich muss das rausgeben, ja, ich werde mit ihm sprechen. Vincent, 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 Vincent. Are you как будто ich das nicht schon sprach will? Das tut mir ich sozusagen. Ich weiß nicht, was發 servant ist. Ich soll sie nicht erst können, ich soll euch das nicht schassen und gehen an. Stock auf! Lass dich auf. Und dann, wer sind Sie? Herr Schild, ich wollte das Liste. Ich habe das Liste alles gemacht. Ich, bitte. Ich glaube mehr. Aber warum sind Sie eigentlich? Ich weiß nicht. Ich bin so ganz. Ich bin so ganz, was es aussieht. Ich bin ein armer Streiter. Ich habe das Liste. Ich weiß nicht. Ich bin so sehr viel. Ich habe das Liste. Ich weiß nicht. Ich habe das Liste. Ich habe das Liste. Ich habe das Liste. Das ist alles. Meine Mutter. Was? Was ist das? Meine Mutter war eine Mama Frau. Die für einen wichtigen Mann gearbeitet hat. Meine Mutter wollte, dass ich einen guten Job bekomme. Aber wegen der Armut musste ich bei einem Schneider in einem anderen Dorf eine Ausbildung machen. Danach wurde ich zum Militär geschickt. Und als es zurück kam, war meine Mutter gestorben. Ich war auch so seit meiner Kindheit daran gewöhnt. Also, es ist gelaufen. Hat er schon vorhin? Ich kann, ich kann mich nicht verstehen. Ich bin ja, jemanden keinen Kredit zu haben. Aber, außer, ein ganzes Dorf voller Menschen. Was ist dein Plan für uns? Ich bin nicht sicher, aber ich war so glücklich, nach einer so langen Zeit ein gutes Leben gesehen und gelebt zu haben. Das Leben führen zu können, was meine Mutter für mich erträumt hatte. Und auch in der Zwischenzeit das zu sehen. Die Liebe meines Lebens. Ich bin nicht so glücklich, aber wir tun. Wenn du diese Wahrheit vorhin gesagt hast, wäre es besser gewesen. Aber ich bin auch ein Wunder. Kind begonnen und von Aussehen habe ich eingedübt, aber jetzt, ich bin erwaschen und wir werden zusammenleben. Werden wir? Ja, wir werden zusammenleben, deine Brüder zurückbringen und nach Silvella gehen, dort leben, verdienen und glücklich leben. Komm! Sie gehen nach Silvella, um ein neues Leben zu finden und die verlorene Ehre des Schneiders zu finden. Wohin gehst du? Ich habe geholt, dass Schneider nicht schon geheiratet hat. Spannst du? Sie können ihn nie heiraten. Er muss sie entführt haben. Das ist die Regel der Welt. Man kann irgendwas für das Geld machen. Sie haben Wäste. Diese Sachen gingen falsch mit Nettchen. Alles richtig. Arme Menschen machen so immer. Wir haben so gesehen. Ging Cindy. Es ist uns egal. Lass uns gehen. Der Vater, wie ein guter Vater war, bekümmert über seine Tochter, und deshalb ging er zu Selvira. Ich habe einen Anwalt gerufen und alles vorgehabt. Wir können nicht unsere Tochter einfach gehen lassen. Sie hat ein sehr großes Haus hier. Was wird sie da machen? Mein Vater hat das Richtige gesagt. Der Schneider ist nur ein ungebildeter Schwein. Deoni ist gut, aber ich bin noch hier. Oder? Wir sind Deoni, wir sind ein Vater gegangen. Los! Netschen ist eine sehr reiche Frau. Sie müssen in unserem Dorf heiraten. Ja, wenn Netschen in unserem Land heiraten würden, würde es gut für die Entwicklung des Landes sein. Netschen ist die goldene Chance. Wir können nicht die Chance vergeben. Und das wurde eine große Gelegenheit für uns in unserem Land. Alle haben recht. Das wird auch eine Geschichte in unserem Land sein. Was nie passiert ist, wird es passieren. Sie sind ja. Dann geht's. Jetzt gehen wir an. Hier werden sie aus. Hier werden sie aus. Hier werden sie aus. Hier werden sie aus. Hier werden sie damit aus. Wir sind hier der Nächste. Der Herz hat viele Liebe. Ja, und der Herz hat auch viele Freunde. Ja. Die Menschen haben schon etwas geplant. Monika, geben Sie mir her. Bitte, nehmen Sie dich nicht mit mir. Ja, vielen Dank. Sagen Sie mir ruhig, was Sie eigentlich wollen. Sie sind ein Griller. Wir gehen in Ihr Haus. Ruhig, bitte. Wir brauchen Menschen. Wir können nicht mit unseren Dokteln. Einfach gehen lassen mit Fräule, mit Brüder. Ja, ich wusste schon damals, was für ein Mann er ist, wenn er mein Hand geklischt hat. Er ist ein Lugner. Er hat unsere Ahle in Ehrtung gehalten. Er ist nur eine Täter und nur eine Päter. Was sind die, aber er sei dir. Ich bin nicht alles mit dem Geld zu tun. Materialistische Menschen, was wissen Sie, was lieber ist. Aber Menschen. Aber Menschen. Aber Menschen. Ein Mensch ist leider, der uns nicht in der Gesellschaft mit der Lampe finden. Alles wichtig. Dieser sogenannte reiche Menschen verstehen nicht die Bedeutung der Liebe. Wir glauben immer an die Gleichkeit. Wir werden unsere alle hart erarbeiten, meine Kinder. Respekt verlieren. Respekt. Respekt. Ich habe mich mit ihm immer respektiert gefühlt. Respekt. Ja. Während sie alle mit Täter gestritten haben, habe ich diese Unterlagen gelesen. Und diese Dokumente enthalten die gesamten Gesichter dieses Mannes. Ja. Und damit bin ich zu dieser Schlussfolgerung gekommen, dass er ein Mann mit hohem Ansehen ist. Auch in Goldack hat er niemandem gesagt, dass er ein Graf ist, sondern sie. Sie alle haben ihm den Titel verliehen. All diese Veränderungen wurden von einem Streis des Vaters verursacht. Und bevor ich vergesse, muss ich Sie an etwas erinnern. Beide sind Erwachsene. Sie haben das Recht zu entscheiden, wen sie heiraten und wen nicht. Und niemand. Niemand darf damit ein Problem haben. Verstanden? 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 Hast du dich her entscheiden, warum du noch hinbekommen? professor0 Ja, es ist ein Filterplaner. Bist du glücklich? Ja, es ist wirklich glücklich. Wunderbar! Der Mann liebt das Paar auch selbe Namen, für ihn ist viel Geld und er gewinnt seine Millionen Ehre. Und da zogen sie nach Goldach und für das Leben, das der Schneiders Mutter für ihn träumte. Dankeschön, alle. Jetzt werden wir uns die Figuren vorstellen. Rahman als Wenzel-Strapinski. Prabati als Netschen. Niti als der Amtsrat. Divya als Wirt. Smiti als Küchen. Akhil als Farh. Nikhil als Bioni. Aditya Budev als Angevat. Sahil als Matthias. Sangeeta als Davina. Harwin als Emma. Aditya als Monika. Sona als Elsa. Kachi als Vinola. Dilip als Stefan. Aditya Prajapati als Lukas. Jetzt werden wir unser technisches Team vorstellen. Akansha war die Erzählerin. Schafel war unser Inzipizent. Kriotos hat die Hintergrund- und Hintergrundmusik vorbereitet. Kriam hat die Lichter kontrolliert. Aditya hat bei den Postumen geholfen. Rechand war der Mitdirektor. Und ich schrie aber bei den Regisseuren. Rechissinnen und der Direktor. Direktor, lass mich! Wir alle werden Sie bedanken für Ihre Geduld. Wir wissen, dass es ein bisschen spät geworden ist. Wir wollen allen, die uns direkt und indirekt geholfen haben, zu bedanken. Jede Person war für dieses Theaterstück sehr wichtig und wir haben gebeten, dass wir auf der Bühne bleiben sollen, damit wir auch ein Gruppenfoto machen können. Dankeschön. Vielen Dank. Sie alle haben einen Applaus, weil Sie sehr gut mitspielen. Wir haben uns zum Daten gepackt und ausfüllen in unseren Augen. Und lauter, also sehr lauter Applaus für Sie. Jetzt sind wir zum Ende diesen Interessantum-Tag. Aber, aber, aber bitte, bleiben Sie, bleiben Sie. Und dann haben wir, also, wir sind SQP-FIFA in die Ganzen Welt. So, wenn wir live-streamen, wir sind heute hier. Wir sind in der Kommandato-Tag. Wir sind in der Kommandato-Tag. Wir kommen in der Kommandato-Tag.